Musik Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video von mir Jetzt am Anfang gibt es mal eben so ein paar Infos Und zwar werden jetzt eventuell unregelmäßiger Videos kommen Weil jetzt erst 3 Wochen Klausurphase in der Schule ist Und dann noch 3 Wochen Praktikum Und da weiß ich noch nicht ob ich dann die Videos pünktlich bis Samstag fertig habe Muss ich mal gucken, vielleicht kommt dann auch erst ein Video Sonntag oder so Und dann während dieser 6 kommenden Wochen kann es auch sein Dass dann mal anstatt so ein Artikeltest ein Video oder auch mehrere Videos von Batterien kommt Die ich mal beim Vorschießen gemacht habe Und ja aber das muss ich dann gucken wie ich da Zeit habe Und was ich da für ein Video machen kann Und im Sommer gibt es dafür dann aber eine richtig fette Pyroaktion Da sind dann auch so ein paar andere Pyros dabei Und da werden auf jeden Fall ganz ganz viele Videos gemacht Und ja da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen Und ja dann würde ich mal sagen wir fangen direkt mit dem Artikel an Und das ist heute die Bounce von Panda Eine 7 Schuss Leuchtkugelbatterie Ist auch mit Crackling So soll das dann auch aussehen Und ja hier die Beschreibung Steht wie das übliche drauf NEM ist 35 Gramm Ziemlich kleines Teil Und ja dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß bei der Zündung Und dann auch viel Spaß bei der Zündung